. Schweizer Käse ist aufrichtig. Und echt. Genauso wie die Natur, wo er herkommt. Und gleich wie die Menschen, die ihn machen. Ehrlichkeit, Präzision und Tradition sind das Fundament unserer Arbeit. Dass dabei eine einmalige Qualität entsteht, schätzt man auf der ganzen Welt. Das ist ja nicht nur beim Käse so. Schweizer Käse hat Qualität, weil man sich jederzeit auf uns verlassen kann. Das ist ja nicht nur beim Käse. Und das ist ja nicht nur beim Käse. Und das ist ja nicht nur beim Käse. Wir haben eine kleine Karte, die wir im Leben haben.